Holger, wir brauchen ein neues Showreel. Vielleicht was mit KI? Warum? KI ist die Zukunft und schöne Bilder funky schneiden kann jeder. Ich weiß ja nicht. Doch, guck mal, ist geil. Willkommen zu unserem Showreel im Bereich Filmproduktion. In den nächsten zwei Ämenten entfernen wir... Nee, nee, das ist nix. Klar, schöne Bilder kann jeder, aber wir können gut mit Menschen. Das kann keine KI. Und Emotionen auch nicht. Emotionen? Mann, das muss zack, zack gehen. Die Leute gucken das in der U-Bahn. Die geben dir drei Sekunden. Nein, das glaube ich nicht. Wenn's geil ist, dann bleiben die Leute auch dran. To give to these children the feeling that, you know, they can do it also. Dance is for everyone, you know. It was a feeling that, I don't know, I never experienced in my life before. Ich habe wirklich das Gefühl, dass meine Frau mich von oben beobachtet. Und ich hoffe, dass ich in ihrem Sinne alles so weiterführe. Ich bin tatsächlich einer der wenigen Lokführer, die sich quasi selbst überfahren haben. Glücklicherweise darf ich noch länger auf diesem Planeten leben. Ohne Forschung hätte der Kleine nicht überlebt. Der gehört einfach dazu. Das ist unser kleiner Junge. Schön, ja, aber wir haben ja keine drei Stunden für das Showreel. Das muss doch schnell gehen heutzutage. Zum Beispiel? Ja, klar, das ist gut. Es funktioniert. Aber weißt du noch, als Lidl freitags angerufen hat und wir am Montag mit 40 Leuten am Set standen? Kann übrigens auch keine KI. Stimmt. Ach Holger, das war richtig lecker, oder? Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Wir sind PS-Film. Und völlig überraschend, wir machen Filme. Und liefern auch gerne die passenden Ideen. Für sie, für dich, ganz wie ihr wollt. Schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns an. Wir freuen uns. Siehst du, aber noch so ein Ding. Kann eine KI sich freuen?